So, das ist der Weg runter zu unserem Strand. Von unserem Mila Drops. Wie gesagt, das ist nicht weit. So, hier an der Seite ist unsere Küche. Da. Hier geht's rein zum Essen. Wie viel geht's weiter? Bis heute Abend, aber du kommst ja da mit, ne? Ja. Das ist Liebke. Aber egal. So. Da seht ihr schon unser Meer. Was? Das ist der Elefant. So, und jetzt sind wir gleich am Meer. Oh, riecht mal. Ich riecht es schon. Hast du das? So. Unser wunderschöner Sonnenuntergang. So. Noch ein bisschen. So. Hier ist die Server. Keine Ahnung. So. Und hier unten. Ist der Eingang geschehen.